Happy Birthday Shining Bin Ababaka Happy Birthday Tuhin Sada Happy Birthday Fikesh Rai Happy Birthday Fatimo Adiola Und ich spiele heute wieder Free Fireworks Jump and Beat Habe ich noch nicht gespielt Mal schauen wie das wird Viel Spaß Okay los geht's Jump and Blaster war das Nach vorne ist das Double kill Und ich spiele Und ich spiele Und ich spiele Oh, da ist er gestorben. Oh, da ist er. Oh, er hat mich immer schon. Oh, da ist er. 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 Oh. Okay, die zweite Runde geht los. Einmal kaufen. Kann man nur das eine kaufen. Bei mal ausgegging ist er. Ich würde das zeichen nicht. dann wissen sie ja wo ich bin aber kärle ich hab immer noch das heißt ach Mensch, ne doch nicht haha das war cool na schnell ja super was sind denn die anderen aber in die Ziele kann ich nicht doppelsprung machen ja 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 wuhr noch kann man da nicht um drauf stehen hier um zu stehen ist und nur gegen eine Wand zu schießen dann explodiert er ich meine, wie ich so eine ähnliche Wunde gespielt habe da mache ich hier unbedingt irgendwas das kriege ich nicht Juhu Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree trotzdem reicht das nicht zum ersten Platz Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Die 100 so mal sie sniper und schieße von hinten und voila macht mehr spaß gut dann war es das auch schon für heute danke für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video dabei seid bis habe ich euch viel spaß und auf Wiedersehen! Tschüss!